Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Valle on Tour. Da mich in letzter Zeit immer häufiger die Frage erreicht, wie das eigentlich mit einem Navigationsgerät auf dem Motorrad und dem Erstellen der richtigen Route funktioniert, erkläre ich euch es hiermit Schritt für Schritt in dem folgenden Video. Viel Spaß! Um meine Routen zu erstellen und später auch auf das Navigationsgerät zu übertragen, brauche ich zwei Programme. Das erste ist Garmin Express. Ich gebe das hier einfach bei Google ein und klicke den ersten Link. Garmin Express ist dafür da, damit ihr a, euer Navigationsgerät immer up to date haltet und das neueste Kartenmaterial installiert, aber genauso auch zum ersten Mal das Kartenmaterial von eurem Navigationsgerät auch auf dem Computer installieren könnt. Garmin Express gibt es für Mac und Windows PC. Ihr müsst die Software einfach herunterladen und installieren. Das zweite Programm, was ihr braucht, letztendlich das Kernstück zur Routenplanung, ist Garmins Basecamp. Das gebe ich hier auch bei Google ein und wähle wieder den ersten Treffer. Ihr landet hier auf der Seite, die euch erklärt, was Basecamp alles kann. Übrigens, auch wenn ihr noch kein Garmin Navigationsgerät haben solltet, könntet ihr euch hier Basecamp vorerst kostenlos herunterladen, wieder für Windows oder für Mac. Und was ihr hier noch zusätzlich machen könnt, ihr könntet hier oben auf Karten und Extras klicken und könntet hier, benötigen sie eine Karte für eine andere Region, auf jetzt kaufen klicken, wenn ihr noch kein Navigationsgerät haben solltet oder eben auch für ein anderes Land Kartenmaterial benötigt, könnt ihr hier das Kartenmaterial auch direkt online erwerben. Ich habe nun mein Navigationsgerät per USB an den Computer angeschlossen und als erstes startet man Garmin Express. Solltet ihr euer Navigationsgerät das erste Mal mit dem Computer verbinden, müsst ihr hier auf Gerät hinzufügen klicken und alle weiteren Schritte zur Konfigurierung eures Navigationsgeräts durchführen. Mein Navi ist natürlich schon eingerichtet. Hier steht Wallis Navi und hier oben rechts seht ihr eine blaue 1. Wenn ihr mit der Maus drüber bleibt, steht dort Updates verfügbar. Das heißt, für mein Gerät ist irgendein Update-Software oder in diesem Fall Kartenupdate verfügbar. Ihr könnt hier auf Details anzeigen klicken und seht ganz genau, okay, es gibt für die Region Zentraleuropa ein neues Navi-Update mit dieser Versionsnummer, dieser Datengröße und ungefähr dieser Dauer der Installationszeit. In diesem Bildschirm könnt ihr Extras über euer Navigationsgerät aufrufen, zum Beispiel wie Speicher noch frei ist und hier rechts könnt ihr Fahrzeugsymbole und andere Stimmen herunterladen, falls ihr gerne ein bisschen herumspielen wollt. So, ich mache das Kartenupdate jetzt erst einmal, drücke hier auf Installieren, annehmen. Ja, jetzt sollte man natürlich nicht mehr das Navigationsgerät vom Computer entfernen und in den nächsten Minuten sollte dann das Kartenupdate heruntergeladen und installiert sein. Sobald euer Navi-Update erfolgreich abgeschlossen wurde, wird das hier oben großgrün dargestellt. Herzlichen Glückwunsch, das war Schritt 1. Die vielleicht wichtigste Aufgabe von Garmin Express ist es jedoch, das Kartenmaterial nun vom Navigationsgerät auf der Computer-Festplatte und somit dann später für Garmins Basecamp zu installieren. Dazu geht ihr hier auf Kartenoptionen und klickt ganz unten auf Computer installieren. Drückt hier auf Annehmen und dann auf Fortfahren. Jetzt wird das Kartenmaterial vom Navigationsgerät auch auf dem Computer installiert. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, Teil 2 überstanden. Und wenn du glaubst, es war bisher ziemlich kompliziert, dann hast du dich geschnitten. Denn jetzt wird es erst kompliziert. Wir starten das Herzstück, die Referenz. Garmin's Basecamp. Herzlich willkommen. Hier oben links seht ihr einmal euer angeschlossenes Navigationsgerät. Hier unten Daten auf eurem Computer, die einzelnen Touren, die ihr so erstellt habt und so weiter und so fort. Aber viel wichtiger sind die Grundeinstellungen, die ihr wählt. Am besten tut ihr das hier oben über den Knopf Einstellungen. Hier habt ihr die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen eures Basecams vorzunehmen. Zum Beispiel unter dem Button Anzeige habt ihr die Möglichkeit, eure Anzeigequalität je nach Computerleistung anzupassen. Wichtigster Punkt ist Routing. Das heißt, welches Fortbewegungsmittel habt ihr und wie möchtet ihr, dass Basecamp eure Punkte von A nach B miteinander verknüpft. Ich wähle hier Motorrad, habe die Routenpräferenz auf kürzeste Strecke gelegt, denn ich möchte ganz gerne einzelne Wegpunkte ziemlich naheinander setzen, um mir selber meine Route auszusuchen und nicht das System entscheiden zu lassen. Ich vermeide Autobahnen und unbefestigte Straßen, weil ich zum Beispiel eine Route auf der Straße, aber eben nicht auf Autobahnen plane. Alles andere könnt ihr hier so einstellen, wie ihr das gerne möchtet. Viel mehr müsst ihr an dieser Stelle nicht mehr einstellen und könnt das Fenster wieder schließen. Hier unten mittig findet ihr euer Navigationswerkzeug, mit dem ihr in die Karte hinein- und rauszoomen könnt. Ihr könnt auch nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten navigieren. Ihr könnt die Detailstufe der Darstellung erhöhen oder verringern, um zum Beispiel auch das Laden zwischen den einzelnen Bewegungen zu beschleunigen. Hier oben findet ihr einige wichtige Button, die ich immer wieder verwenden werde gleich bei der Erstellung einer Beispielroute. Um eine gewisse Ordnung und Struktur bei der Planung eurer Routen aufzubauen, empfehle ich euch in diesem linken Bereich mit der rechten Maustaste zu klicken und auf Neuer Listenordner zu klicken. Diesen Ordner nenne ich jetzt als Beispiel Sardinienurlaub 2016. Und innerhalb dieses Ordners erstelle ich nun mit der rechten Maustaste eine neue Liste, also eine neue Routenliste. Zum Beispiel Tag 1 auf Sardinien. Um mir nun schnell auf der Karte Sardinien anzeigen zu können, wähle ich hier oben das Lupen- oder Zoom-Werkzeug und ziehe nun mit der linken Maustaste gedrückten Bereich um Sardinien. In der Regel weiß ich ja schon, wie ich auf die Insel komme, nämlich hier oben über den Hafen in Aranchi. Ich sehe sogar hier im Kartenmaterial die genaue Fährroute meiner Fähre aus Livorno, sollte ich mich für diese Fähre entscheiden. Ich klicke nun hier oben auf das Wegpunkt-Werkzeug und entscheide mich für einen Wegpunkt ziemlich nah im Bereich des Hafens. Der Wegpunkt wird automatisch benannt nach der Straße und wird auch hier unten bei meiner Liste Tag 1 schon als Wegpunkt angezeigt. Nun wähle ich hier das Handwerkzeug, um mich durch die Karte zu navigieren. Und schon seht ihr hier den ersten Ort, an dem ich vielleicht morgens frühstücken möchte. Ihr seht auch, dass hier einzelne Point of Interest, also die sogenannten POIs, angezeigt werden. Darunter befinden sich sicherlich auch ganz gute Restaurants. Aber woher weiß ich nun, welches Restaurant hier wirklich gut oder nicht so gut ist? Dazu verwende ich immer die Internetseite von TripAdvisor. Gebt dazu einfach nur TripAdvisor bei Google ein und geht auf die Homepage. So, ich möchte gerne ein gutes Restaurant finden und zwar am Golfo Aranchi. Ah super, ich komme also an und gleich das bestbewerteste Restaurant ist eine Eisbude. Da möchte ich natürlich hin. Hier wird nun eine Adresse angezeigt und auch einen Kartenausschnitt. Natürlich könnte ich jetzt diese Adresse hier oben ins Suchfenster bei Basecamp eingeben. Nur oftmals habe ich es schon erlebt, gerade bei speziellen Locations, dass diese als Point of Interest vielleicht nicht in Garmins Basecamp verfügbar sind. Wenn man es ganz genau wissen möchte, gibt es folgenden Trick. Man kopiert die Adresse, öffnet Google, öffnet Google Maps, kopiert hier oben die Adresse wieder rein. Kommt zu dem entsprechenden Punkt, drückt mit der rechten Maustaste da drauf und klickt auf Was ist hier. Dann bekommt man hier unten die genauen GPS-Koordinaten dieses Punktes. Klickt einfach auf die GPS-Koordinaten drauf, die dann hier eingefügt werden. Die kopiere ich wiederum raus. Gehe in das Suchfenster von Basecamp. Füge die GPS-Koordinaten einfach wieder ein, drücke die Enter-Taste und dann seht ihr hier diesen GPS-Punkt, den ich als Wegpunkt erstellen kann. Dieser relativ komplizierte Vorgang ist natürlich nur dann wichtig, wenn ihr ganz spezielle Locations anfahren wollt. Oder speziell auch vielleicht im Offroad-Bereich gewisse Einstiege zu Enduro-Passagen, die ihr nur als GPS-Koordinate habt. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir sind am Hafen angekommen. Wir haben unseren ersten Wegpunkt hier gesetzt, um erstmal vom Schiff runterzufahren und danach gehen wir hier zur Eisdiele. Okay, wir zoomen jetzt hier einmal aus dem Kartenmaterial raus, denn wir wollen ja auch nicht nur essen und chillen, wir wollen ja auch ein bisschen Motorrad fahren. Und wollen uns vielleicht ein bisschen die Umgebung hier im Norden Sardiniens angucken, um herauszufinden, welche Straßen wir vielleicht gut finden. Ich sehe jetzt hier schon mal eine schöne Straße, die relativ kurvig ist, die hochführt in die Mitte der Insel und hier beginnt das schöne Geschnörkel Sardiniens, wo ich ganz gerne langfahren möchte. Das heißt, um jetzt einzelne Wegpunkte zu setzen, nehme ich einfach hier wieder das Wegpunktwerkzeug. Was ich euch empfehle ist, nicht einfach jetzt blind auf diese Straße zu klicken, sondern vorher tatsächlich vielleicht diesen Ort etwas zu vergrößern und am Rande des Ortes dann einen Wegpunkt zu setzen, zum Beispiel auf dieser Straße. Der Wegpunkt ist gesetzt und ich bewege mich einfach weiter dorthin, wo ich gerne fahren möchte, weil es mir einfach von der Routendarstellung her gefällt. Hier zum Beispiel eine sehr kurvige Straße, wähle ich auch einen Wegpunkt aus und irgendwann möchte ich ja dann auch am Ziel meiner Träume ankommen, in dem Ort, wo ich gerne übernachten möchte und wer siehe da, der bekannte Ort. Aber tags, auch hier könnte ich jetzt natürlich ein spezielles Hotel mit GPS-Koordinaten auswählen, aber ich möchte eigentlich erstmal nur an den schönen Strand und lasse mich bis zu dieser kleinen Gasse führen. So, im Prinzip seht ihr jetzt hier meine Wegpunktliste, es ist noch keine Route erstellt worden und ihr könnt unsere fünf Wegpunkte unten links sehen. Um jetzt aus den einzelnen Wegpunkten eine Route zu erstellen, braucht ihr hier oben das Routing-Werkzeug. Dieses Fenster könnt ihr erst einmal schließen und wählt euren ersten Routenpunkt aus, den seht ihr hier. Da klicke ich drauf, klicke dann, ihr seht, es entsteht eine Linie, klicke dann auf meinen zweiten Routenpunkt dort und gehe dann zu meinem dritten Routenpunkt, den ich hier oben in den Bergen gesetzt hatte, dort an der Stelle, klicke dort drauf und suche dann, indem ich jetzt nochmal rauszoome aus der Karte, meinen nächsten Wegpunkt, den ich gesetzt habe, der war hier und zum Schluss wähle ich meinen letzten Wegpunkt hier in dieser Gasse in Abartax. Ich mache das Routing-Werkzeug erst einmal wieder aus, gehe wieder hier oben auf das Handwerkzeug und zoome einmal aus der Karte raus. Ihr seht jetzt, dass eine Route entstanden ist von dem ersten bis zum letzten Wegpunkt über die einzelnen Zwischenwegpunkte, die ich gesetzt habe. Ihr seht hier unten auch die genaue Distanz, 212 Kilometer und die ungefähre gesamte Fahrzeit ohne Pausen, ohne Staus, ohne Zwischenfälle, 3 Stunden 45. Die Route, die hier unten unter den fünf Wegpunkten dargestellt wird, wurde natürlich vom Computer selber berechnet. Aber ich könnte diese Route auch noch verändern. Nehmen wir zum Beispiel an, wir möchten nicht diesen Bereich fahren, sondern eher hier links herum. Dann würden wir mit dem Handwerkzeug einfach über der bestehenden Route schweben. Und jetzt seht ihr schon den Informationstext. Halten Sie die Taste Alt gedrückt und ziehen Sie, um diese Route zu ändern. Das bedeutet also, wenn ich jetzt auf meiner Tastatur auf dem Mac diese Symbol-Taste drücke und dann die ganze Route zum Beispiel hier auf diese gelbe Straße verschiebe, dann ändert sich im Prinzip die Routenführung zu meinem Wegpunkt. Ihr seht, dass der Computer mich jetzt vorerst im Süden herumfahren möchte und dann zu meinem Wegpunkt, wo ich dann wieder wenden muss, um diese Straße zurückzufahren. Ich möchte aber viel lieber hier und dann wieder auf die SP15 zurück. Was ich also mache, ist, ich fasse irgendwo diese Route wieder an, wähle diese Alt-Funktionstaste und schiebe meine Route auf diese Stelle. Mein erster Tourentag auf Sardinien ist somit geplant und wenn ich diese Tour nun gerne auf mein Navigationsgerät übertragen möchte, reicht ein Klick auf diesen Pfeil nach oben zur Geräteübertragung, wähle mein Navigationsgerät aus und klicke auf Senden. Die Übertragung ist binnen weniger Sekunden in der Regel abgeschlossen. Starte ich im Anschluss mein Navigationsgerät, werde ich darauf hingewiesen, dass eine neue Route zum Importieren verfügbar ist. Diese könnte ich dann über die Funktion Karte auch nochmal prüfen, um sicherzustellen, dass auch wirklich alle Wegpunkte richtig gesetzt sind. Ein Klick auf Los und es geht los. Wie im echten Leben auch, führt nicht nur ein Weg zum Ziel. So könntet ihr zum Beispiel auch einfach nur das Routing-Werkzeug wählen, schließt dieses kleine Fenster, wählt euren Startpunkt hier am Golfo Aranci aus, wählt dann euren ersten Routenpunkt und wir wollen dann in Olbia im Stadtzentrum ankommen. Natürlich könnt ihr auch so eure Route machen, habt dann jedoch das Problem, dass ihr nicht einzelne Wegpunkte hier unten links in eurer Tagesliste seht. Auf dem Navigationsgerät seht ihr dann schon einzelne Punkte. Trotzdem bin ich eher so der Fan, meine Wegpunkte mit Mittagessen, mit Abendessen, mit Hotelübernachtung oder Campingplatz schon vorher sauber einzutragen, zu planen und auch zu benennen, um einfach eine saubere Übersicht zu haben. Das war es auch schon wieder mit einer neuen Ausgabe von Valle on Tour. Bitte vergesst nicht, klickt auf Gefällt mir bei Facebook, denn hier kriegt ihr immer alle neuesten Informationen, Videos, Fotos, Touren und Events. Genauso kostenlos abonnieren bei YouTube, um immer alle meine Videos in Full HD und Top Qualität zu genießen. Viel Spaß und bis bald, euer Valle.